Erhard Ernst von Röder war ein königlich-preußischer Generalfeldmarschall sowie Etat- und Kriegsminister. Familie, er war der Sohn eines Obermarschalls von Röder. Im Jahr 1737 heiratete er Anna-Sophie Agnes von Budenbrock, eine Tochter des Feldmarschalls Wilhelm Dietrich von Budenbrock. Diese heiratete als Witwe in zweiter Ehe den Feldmarschall Johann von Lewald. Leben ab 1689 war Röder Kapitän im Regiment Kurprinz. Als Chef der Leibkompanie hatte er eine nahe Beziehung zu Kurprinz Friedrich Wilhelm I. Punkt. Röder diente ihm spanischen Erbfolgekrieg und kehrte danach als Oberst und Brigadier nach Preußen zurück. Im Jahre 1705 wurde er zum Kommandanten der Festung Plassenburg. 1714 wurde er dann zum Generalmajor befördert und kehrte nach Ostpreußen zurück, wo er 1717 ein Regiment zu Fuß übernahm. 1728 wurde er zum Oberbefehlshaber der Truppen und Festungen des Herzogtums Preußen bestellt und 1736 erster Etats- und Kriegsminister und hatte damit die höchste militärische, wie bürgerliche Gewalt inne. 1734 wurde er nochmals ins Feld gesandt. Zusammen mit dem Preußischen Hilfskor ging er an den Rhein, um mit Prinzzeugen am Reichskrieg gegen Frankreich teilzunehmen. Kronprinz Friedrich II. machte unter Röder militärische Erfahrungen. Zur Teilnahme an den Türkenkriegen verlegte er 1736 sein Regiment wieder nach Ostpreußen. 1739 wurde Röder Feldmarschall. Im Juni 1732 wurde er Taufpate des ersten in Königsberg geborenen Kindes Salzburger Ex-Holanten. Er war Gutsherr von Midgern. An. Untertitelung des ZDF für funk, 2017